In der Out-and-Hirn-Suld-Sendung geht es um eine neue Brustverblendung. Manche sagen auch Implantat, wobei es für den Kopf mehr bringen würde. Am nächsten Schwaben muss nicht lange warten, spült der Raub stundenlang Karten. Später, weil die Hirnmasösen, muss super schwere Aufgaben lösen. Eins plus wie viel ist denn? Zwei? Sie fixen mir Vollzitzgrunde rein. Gleich drauf muss man Buchstaben wissen. Ich glaub, wir haben sie ins Hirn eingeschissen. Im Nachprogramm kannst du alles kaufen. Lasenbohrer, Hundehafen. Haken, wärmer Buchstaben, Suppen, Gleitcreme und auch Gummibuppen. Und irgendwann gibt's keinen drinnen, hörst du schlaftrunken, furchtbar Stimmen. Schreien dir die Kelly-Family-Core oder die zwei Amigos in deinem Ohr. Wie wird's dann blöd und schalt gleich um, kommt's Tag noch mal bei Heidi Klum. Hungerhaken und Haun und Gnachten, ich frag mich was, wo ich verbrochen. Schnelldruck geht er mit ihnen um Wiener, da kostet der Schubeck alles nieder. Pro mit ihnen alles fressen, der Mölzer-Tim willst schon dein Messer messen. Mein Supernanny-Psycho-Deppern muss so niemand aufs Stilett rippern. Tag, 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 am Nachmittag, die ganze Menschheit hat einen Schlag. Oh ja, mein Arsch ist viel zu fett. Mein neuer Freund ist voll der Depp. Mein Onkelpippert, mein Cousine. Der Hund kackt in die Glasgeträne.